Schrill, bunt, ausgefallen. Wenn Promis Designs entwerfen, sind diese in den seltensten Fällen unauffällig. Auf der Fachmesse Heimtextil in Frankfurt sind es gleich mehrere bekannte Gesichter, die ihre Kollektionen präsentieren. Wolfgang Job, Michael Michalski oder Harald Glöckler. Die von ihnen entworfenen Tapeten sind meist genauso schillernd wie ihre Schöpfer selbst. Doch der Hauch vom Promi-Leben in den eigenen vier Wänden kann schnell ins Geld gehen. Bis zu 800 Euro kostet etwa eine Tapetenrolle von Harald Glöckler, dann aber auch inklusive Straßsteinen. Es gibt sehr viele Menschen, die etwas Opulentes, etwas Besonderes suchen. Und genau für die mache ich das. Jeder, der etwas Besonderes mag, der etwas Opulentes mag und der zu Hause eben nicht in Langeweile sitzen möchte, sondern gerne ein bisschen Glanz zu Hause hat. Etwas erschwinglicher und auch dezenter im Design zeigt sich da die neue Fließtapeten-Kollektion von Modedesigner Michael Michalski. In meinen eigenen vier Wänden hängen jetzt nicht in jedem Zimmer andere Tapeten, weil dazu ist meine Wohnung viel zu klein, auch wenn ich es gerne hätte. Aber ich habe zwei Zimmer, in denen es Tapeten gibt und das sind natürlich Michalski-Tapeten. Unsere Promis haben also einen neuen Trend entdeckt. Sie mischen sich unter die Innenausstatter und entwerfen moderne Designs für Tapeten. Ihr Zielpublikum, nicht nur die eigenen Fans, sondern alle Kunden, denen Raufaser oder Fototapete mit Urlaubsmotiven zu langweilig ist.